So, wir sind wieder in Rumänien in unserem Shelter und zeigen euch jetzt mal unseren aktuellen Shelter-Rundgang. Ja, hier vorne liegen unsere frei lebenden Hunde. Es ist jetzt um die Mittagszeit, die sind jetzt alle gefüttert und große Hunde Leckerlis bekommen. Jetzt sind die alle relativ entspannt. Ja, hier haben wir zwei neue. Das ist mein schwarzer Schatten. Die beiden sind auch neu. Oh, noch etwas zurückhaltend. Ja, da oben liegen auch noch zwei. Oh, noch zwei Kandidatinnen. Ja, unsere Senioren. Tobi, Speedy, Back und Pünktchen liegen da hinten. Ja, Maler schläft auch schon. Jetzt könnte es eventuell auch etwas lauter werden. Ja, da oben liegt unser James. Ich fühle mich hier mal gleich angestiegen. Hey. Das sieht Joy. 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 Der Scherz ist auch neu. Da haben wir auch noch zwei neue. Da war auch ganz lieb. Kleiner Eisbär. Joy. 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 Ja, die Neuen sind noch alle etwas schüssig und zurückhaltend. Die wissen noch nicht so wirklich, wohin mit sich. Ja, die anderen Zwinger sind Gott sei Dank leer. Ja, die kleine Filou, die kommt auch mit uns mit. Na, hier noch einen großen. Ja, da ist unser Olli. Der hat immer so ein süßes Gesicht. Auch noch zwei. Ja, unser Beißer ist unsere nicht so freundliche Reihe auf dieser Seite. Das sind unsere beiden Rottweiler-Mischlinge. Das ist heute auch wieder sehr warm. Deswegen sind die meisten im Schatten oder in ihren Hütten. Ja. 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 Und noch ein Senior mit dazwischen, der genießt gerade seine Leckerlis, unser Duke. Er hat heute erstmal ein großes Körbchen gekriegt. Hier haben wir auch noch mal einen schwarzen. Der Leon ist ausgezogen. Ja, da sind unsere Großen. Ja, Lenny nicht zu vergessen. Alle Brüder sind in Deutschland. Nur Lenny nicht. Ja, nur ein kleiner Terrorist. Man merkt, das ist schon Mittagsruhe. Ja, ihr beiden. Nur und Timmy. Nur und Timmy. So, hier ist noch unser Seitenkirchen. Trak, das ist der letzte. Ja, Struppi. Er ist auch schon lange hier. Heute alle total entspannt und ruhig. Ist normalerweise viel lauter. Ja, Alu ist auch da. Da sitzt auch einer in der Hütte. Der kommt aber irgendwie nie raus. Ja, hier sind auch noch mal zwei neue. Dann haben wir hier unseren Nanook. Der kommt am Freitag mit. Da hinten Pennti Tori. Die kommt auch mit. Ja, unser und unser Wildfang. Ja, das waren alle Hunde. Aktuell sind es 174 Hunde. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auf unserer Homepage schauen oder auf unserer Facebookseite und uns einfach anschreiben.